Hallo, mein Name ist Frank Lösch. Ich bin Verkaufsleiter für Audi Neuwagen im Audi Zentrum Kaiserslautern. Hallo, mein Name ist Harald Bickel. Ich bin Verkaufsleiter für Volkswagen bei Rittersbacher in Kaiserslautern. Wir suchen für die Marken Volkswagen und Audi dich als Neuwagenverkäufer. Die Rittersbacher Gruppe ist der Ansprechpartner für die Marken Volkswagen, Audi und Skoda in der Pfalz. Was dich bei uns erwartet, ist eine faszinierende Produktpalette. Angefangen bei den A&Q-Modellen, über unseren sportlichen S&RS-Modellen bis hin zu unseren rein elektrischen e-tron. Du solltest Spaß am Umgang mit Menschen haben. Du solltest Spaß daran haben, Digitalisierung und Technologie vermitteln zu können. Du solltest die Menschen begeistern können und auch an der Mobilitätswende mitarbeiten wollen. Du erhältst modernste digitale Unterstützung bei der Beratung der Kunden, zum Beispiel durch unsere Customer Private Lounge. Oder auch mittels der Audi Live Beratung, wo sich der Kunde den Verkaufsraum in sein Wohnzimmer holen kann. Das Vertriebsgehen sollst du in dir tragen. Auto bringen wir dir bei. Eine kaufmännische Ausbildung ist eine tolle Voraussetzung, auch die Fähigkeit zu verkaufen. Eine tolle Voraussetzung wäre ein Zertifikat als Automobilverkäufer. Aber auch wenn die Verkaufserfahrung aus einer anderen Branche stammt, sind wir gerne bereit, dich in unser Team mit aufzunehmen. So Harald, der Dreh ist im Kasten. Wie geht es jetzt weiter? Wenn du dich angesprochen fühlst und interessiert bist, dann freuen wir uns, wenn du auf den Link klickst und ein paar Fragen beantwortest. Also, einfach klicken, keine aufwendige Bewerbung, kein Lebenslauf. Prima, dann freuen wir uns auf viele Zuschriften. Wir melden uns bei dir.